Hallo liebe Zuschauer von Orts TV. Erinnern Sie sich noch an das Gewinnspiel vom vergangenen Freitag? Die Frage war, wo waren diese Aufnahmen gemacht? Und erst in der letzten Sekunde konnte man genau erkennen, wo das war. Und alle 38 Einsendungen zu diesem Gewinnspiel haben die richtige Antwort gefunden. Richtig, das ist der Goldfischteich in der Barleber Seniorenresidenz Sonnenhof. 38 richtige Einsendungen, keine ist falsch. Und nach einem Losverfahren hat gewonnen Björn Andersson aus Barleben. Herzlichen Glückwunsch. Andersson, Sie werden gleich heute eine E-Mail bekommen mit dem hier abgebildeten Gutschein. Bitte drucken Sie sich den aus, rufen Sie im Pizzahaus Barleben an. Dort freut man sich schon auf Sie und genießen Sie das Abendessen zu zweit. Ich bedanke mich bei allen, die mitgespielt haben. Ich bedanke mich vor allen Dingen beim Pizzahaus Barleben, die den Preis zur Verfügung gestellt hat. Und passen Sie weiterhin gut auf, denn es gibt sicher bald wieder etwas zu gewinnen bei Orts TV Barleben. Musik Untertitelung des ZDF, 2020